Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir dürfen Sie aus dem Eilmannsberger Küchenstudio in Rohrbach begrüßen und neben mir Oberösterreichs Skiass Nummer 1, Elisabeth Reisinger. Grüß die Lisi. Servus. Bist du Elisabeth, bist du eine Sissi, bist du eine Lisi? Daheim bin ich die Elisabeth und beim Skifahren die Lisi. Lisi, okay. Du machst heute Zwetschgenknödel. Genau, mit Tupfenteig. Aber nicht irgendein Rezept, sondern das Rezept von? Der Mama. Der Mama. Gut, die schaut uns jetzt auf die Finger. Wie heißt die Mama? Roswitha. Grüß die Rosi, ich hoffe, du verzeihst uns, falls was daneben geht, aber ich glaube, ich bin top vorbereitet. Dass du überhaupt Zeit hast, dass du jetzt zum Kochen kommst, weil du bist ja eigentlich voll einteilt. Es geht jetzt nach Chile, Weltcup, einen Monat früher als wie sonst. Also eigentlich hast du ja einen richtigen Plan, oder? Ja, ich bin eigentlich eh gut versorgt in die Hotels, da geht es uns immer recht gut. Und im Sommer muss ich natürlich auch irgendeine Verköstigung haben und da bleibt nichts aus, als wir kochen. Ja, ist eh klar. Zwetschgenknödel, ich habe gesagt, wir tun es in den Kernen. Du hast gesagt, eh, muss nicht, aber es ist in Ordnung. Ist in Ordnung, gut, dann mache ich das und du sagst unseren Sehern ganz genau, wie du das zusammenmischst. Ist eigentlich so Zwetschgenknödel was, was bei euch ganz normal auf der Karte steht, bei den Sportlern, oder ist das eher ausnahmegericht? Eher Ausnahme, sage ich, weil im Hotel ist es doch eher selten, wenn wir das kriegen. Aber dann, umso gerne ist es dann, wenn ich heimkomme. Ist eh klar. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dann am besten bei der Mama die Zwetschgen- oder Marillenknödel essen kann. Oh, ich will. Also erst mal Butter auf mit. Genau. Bisschen so jetzt dazugeben. Nur mehr runter. Dann schlagen wir ein Ei dazu. Wer hat dir das Kochen beibraucht. Boah, eigentlich viel von der Mama klären. Schau. Ja. Und selten probiert. Elisabeth, wie bist du zum Skifahren gekommen? Aus dem Mühviertel. Ja, bei uns im Ort gibt es einen Skilift. Also einen Schlepplift. Da habe ich Skifahren gelernt und irgendwie, ja, so durch den Hochfechter und so bin ich einfach dazugekommen. Und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht von Anfang an. Und dann habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich in die Skiabtschule nach Windischgasten gehen mag. Ja. Und ja, irgendwie so ist das dann immer mehr geworden. Dann bin ich nach Stamms in das Skigymnasium. Und so hat es sein Laufen. Welcher Ort ist das, aus dem du kommst? Peilstein im Mühlviertel. Ganz liebe Grüße nach Peilstein. Danke, dass ihr die Elisabeth da gefördert habt, mehr oder weniger. Mehl dazu? Ja, bitte. Was nimmt man da jetzt für Mehl dazu? Das ist jetzt Weizenmehl, aber man kann genauso Dinkelmehl nehmen. Schau her, ich mache uns da so ein bisschen um eine teufel Fläche. Ich weiß nicht, ob du das brauchst oder nicht. Du warst mir als Skifahrer in Österreich mittlerweile alles nett genug, dass man den Berg runterjagen muss. Jetzt muss man auch noch kochen im Fernsehen. Ja, aber ich glaube, Skifahren kann besser, als es kochen. Da bin ich davon überzeugt. Ich schaue dir ziemlich gut aus. Bist du zufrieden? Ich glaube, das soll passen. So, und da hat jetzt die Mama gesagt, die Rolle formen und dann runterschneiden. Genau, und die Rolle darfst jetzt du formen. Genau, weil du Angst hast, dass das jetzt komplett in die Binsen geht, gell? Ja, weil ich mich nicht dreckig machen will. Ich habe mir gedacht, ihr Skifahrer habt Angst vor gar nichts. Aber heuer habt ihr ja eine besonders herausfordernde Saison, gell? Ja, also erstens, es geht früher los als sonst, es ist ein Monat früher der Start. Was heißt das für die Skifahrer? Ja, dass die Vorbereitung einfach passen muss, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht viel Umstellung, weil man einfach immer am Trainieren ist und immer schaut, dass man fit ist. Und dann steht natürlich auch ein großes Ereignis an dieser Saison, die WM. Und bist du aufgeregt? Aufgeregt, also es wäre auf jeden Fall ein Ziel, dass ich da dabei sein kann. Dass man sich qualifiziert dafür, gell? Ja, das ist, in Österreich sind einfach sehr gute Mails, was da fahren wollen oder jede fahren könnte. Aber das ist natürlich ein großes Ziel für die Saison. Wir halten dir die Daumen, oder? Wir Oberösterreicher, da halten wir zusammen. So, ich lege da los. Und die lega los. Aus sportlichen Gründen verzichten wir auf den Würfelzucker in der Mitte. Genau. Das kann man ja nachher drüber sagen. So, lieber es, dann gehen wir es an, schauen wir, dass das gut wird. Aber es ist auch eine spezielle Weltcup-Saison her, gell? Wo startet ihr? In Zermatt-Servinio, genau. Das ist das erste Rennen am Gletscher. Startet in der Schweiz und dann geht das Ziel nach Italien um. Das hat es bis jetzt so noch nie gegeben. Da sind wir gespannt, dass es ist für jeden Neuland. Wie motivierst dich du nach Niederlagen, nach Verletzungen? Was ist dein persönliches Mantra? Na ja, aber nachdem ich schon einige Verletzungen gehabt habe, habe ich dann irgendwie doch immer wieder die Motivation finden müssen, oder schnell gefunden. Der erste Moment war natürlich immer, nein, das will ich nicht mehr, das mache ich sicher nicht mehr. Aber es ist dann eigentlich so, spätestens nach der Operation meistens, oder nächsten Tag ist das eigentlich oft wieder verflogen, weil man einfach, ja, doch sehr viele positive Erinnerungen auch immer im Sport hat. Oder vor allem auch die Erfolge. Und das war für mich eigentlich immer die Motivation. Und ich habe gewusst, ich bin noch nicht am Ende. Ich kann mehr, als was ich gezeigt habe bis jetzt. Und das ist für mich auch das Ziel, dass ich das noch zeige. Und ich glaube, dass ich da sicher noch viel zeigen kann, was ich noch nicht gezeigt habe. Wir halten da ganz fest die Daumen und glauben ganz, ganz fest an die. Und jetzt geht es aber erst einmal nach Chile aufs Trainingslager, oder? Genau, bei uns geht es jetzt dann drei Wochen nach Chile. Ja, sehr wichtiger Teil von der Vorbereitung, weil es einfach vor allem Speed trainieren richtig gut ist da drüben. Das ist in Europa vor allem heuer mit den Schneeverhältnissen einfach nicht möglich, weil es ja wenig Schnee ist auf die Gletscher. Und drüben momentan auch sehr winterlich ist und das ist dann, in dem eigentlich die beste Vorbereitung jetzt auf die Rennen ist und dann hoffentlich gut vorbereitet, nur dann da in sehr matt bei den Rennen, wo sie im Frühjahr starten können. So, super. Und in Wahrheit, vielleicht tragen wir ein bisschen runter, das wallert ordentlich jetzt gerade. So, das kocht ziemlich. Und jetzt werden diese Knödel im Wasser gekocht und dann sehen wir uns nach einer ganz, ganz kurzen Pause wieder. So. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Denn Küchen sind zum Kochen da. Ewe Nanu. Die supermatte Küchenoberfläche mit Abperleffekt. Für unglaublich leichtes Reinigen. Bora. Kochen in Frischluft. Kochfelder mit integriertem Abzug. Machen aus Küchen echten Lebensraum. Leise und effektiv. Bora. Das Original. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maxi Markt. Herzlich Willkommen zurück bei Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio. Heute kocht für Sie Elisabeth Reisinger, Oberösterreichs Skiass Nummer 1. Und du machst heute... Zwetschgenknödel. Von der Mama ist das Rezept. Knödel haben wir schon fertig gemacht. Jetzt gehen wir langsam in Einspört. Was wir erstmal noch machen... Die Brösel brauchen wir noch. Brösel. Da sehe ich eine ziemlich gleichmäßige Aufteilung zwischen Zucker und Bröseln. Genau. Haben die überhaupt Zucker in der Masse drinnen gehabt? Nein. Das sind ja sehr sportliche Knödel da. Die sind ja wirklich höchst sportlich. So, das wallert da ganz gut. Und eigentlich schwimmen die Knödel schon ganz gut auf der Oberfläche. Dann... Wapps! So. Was denkt man als Skifahrer ganz kurz vor dem Start? Das will ich wissen. Was sind deine Gedanken? Wie bereitest du dich da vor? Na ja, ich habe da meine Startroutine, würde ich sagen. Jedes Rennen eigentlich, was der Ablauf vorm Starten ziemlich ähnlich oder sehr identisch abrennt. Natürlich sind die letzten Gedanken nochmal dem Lauf gewidmet, sage ich einfach, um was geht. Oder wo sind Passagen, wo man speziell fahren muss oder wo einfach die Linie sehr wichtig ist. Aber so kurz vorm Ausstarten habe ich eigentlich gar nicht mehr viele Gedanken. Sondern da hast du noch einen Ausstieg und Vollgas gegeben. Bewundernswert. So. Die Butter löst sich ganz kurz auf. Und jetzt teilen wir die Brösel dazu. So. Das ganze Team hat gesagt, wir haben einen Zwetschgenknödel und möglichst viel machen. Wie viel sind sie ausgegangen? Drei, sechs, neun. Ja. Jeder einen. Mindestens. So, für dich in den letzten Jahren hat sich das Skizirkus, wenn ich das jetzt so sagen darf, sehr verändert? Oder ist eine Konstanz drinnen? Oder wird es immer schneller, immer aktiver? Man muss selber immer mehr präsent sein als Skifahrer? Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist das Material. Da ist nie ein Stopp. Das wird eigentlich von seiner Saison immer besser und weiterentwickelt und natürlich das Maximum rausgeholt. Es wird natürlich versucht, dass man irgendwie ein Material findet, was die Verletzungen vermeidet. Aber es ist, so wie man glaube ich sieht, fast unmöglich, dass man das vermeiden kann. Aber natürlich ist einfach die Dichte von den guten Sportlerinnen, sage ich jetzt einmal, sehr groß. Du musst einfach immer richtig ans Limit gehen, weil sonst gewinkst du kein Rennen nicht oder kannst nicht fahren dabei sein. Aber ich denke, dass das die Jahre vor meiner Zeit sicher auch so gewesen ist, dass du alles geben hast müssen, dass du einfach die Rennen gewinkst. Ich glaube auch. So, ich glaube, wir richten jetzt einmal für die Teller und fürs Auge je zwei an. So, eins, zwei. Dann noch ein paar Brösel dazu. Ja. Dann einen Staubzucker drüber. Und drauf. So, oder? Und ganz oben da haben wir noch einen Staubzucker. Ein bisschen Staubzucker. Du machst da die zweite Hälfte. So, und jetzt sagst du mir doch gleich, ob die kernlosen Knödel genauso gut schmecken, wie die mit Kern von der Mama. Von der Mama schmeckt es immer besser, das ist völlig klar. Liebe Roswitha, das müssen wir eh. Schau her. Eins. Zwei. Das schaut doch super aus. Herzlichen Dank, Elisabeth. Es hat voll Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, wie stressig das ist zu Ihnen nach Hause. Liebe Grüße. Sie können natürlich die Knödel nachmachen. Schicken Sie uns ein Foto davon. Schreiben Sie uns auch, warum Sie gerne einen 50-Euro-Gutschein von Maximakt hätten. Da können Sie unsere Postkarte schicken oder eine E-Mail senden. Wir freuen uns über beides. Und vielleicht halten Sie den Gutschein schon bald in Händen. Alles, alles Liebe. Drücken Sie bitte die Daumen für die Elisabeth, für den Weltcup, für die WM natürlich auch. Ich sage Danke, das letzte Wort hast du. Ich glaube, wir kosten das jetzt einmal, oder? So. Jetzt bin ich gespannt, wie das ausschaut, wenn wir da jetzt den auseinanderführen. Warte mal, Entschuldigung, schneiden wir den auseinander. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Also meine schaut einmal sehr gut aus. Großwärtig. Und ich habe auch noch ein Bier dazu. Dürfst du ein Bier trinken? Sicher. Freilich, oder? Schauen wir mal da. Wurmhöringer Bier. Ein Märzen mit einem toll malzigen Geschmack. Das ist fein. Schau her. Da. Unsere Seher denken sich, wie kann man nur ein Bier jetzt zu den Gnädeln servieren? Wie geht denn das zusammen? Freilich, alles geht. Prost auf dich. Prost. Auf deine Erfolge. Alles Gute. Danke. Prost auf Sie. Hm. Gut. Fein, fein. Schön sprudelig. Und jetzt die Gnädel dazu. Und ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Mit der Konsistenz sehr fein. Ordentlich Zucker drauf. Jetzt bin ich gespannt, ob da zu wenig Zucker ist. Hm. Ich würde sagen, das passt, oder? Mega. Danke dir. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Ja. Bei mir. Derart. Gerade bei mir. Ja. Ich wäre sch妙. eresよ. Vielen Dank.